Deine kleine Tochter braucht dich. Geh zu ihr, beeil dich. Was ist los? Mit wem redest du? Da war so einer. Herr Dracustin! Was? Was hast du denn? Oh mein Gott! Denken Sie, dass es so passiert? Da liegen Sie völlig richtig, so ein Fall ist tatsächlich belegt. Aus dem Farmland im amerikanischen Nordosten. Wie gut waren Sie heute mit Ihrer Beurteilung? Wussten Sie immer, welche Geschichten erfunden sind und welche von wahren Begebenheiten erzählen? Bei der Entscheidung hat man manchmal viele Hindernisse zu überwinden. Schwingelei und Täuschung sind oft fürchterlich schwer zu erkennen. Und wenn wir dann auf die Wahrheit stoßen, müssen wir feststellen, dass sie oft völlig unklarlich ist. Ihr Jonathan Frakes In der nächsten Sendung weitere Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare. Allemianz. – Schwingelei und Täuschung sind oft fürchterlich.